auf eine lampe noch unverrückt o schöne lampe schmückest du an leichten ketten zierlich aufgehangen hier die decke des nun fast vergessenen lustgemachs auf deiner weißen marmorschale deren rand der efeukranz von goldengrünem erzumpflicht schlingt fröhlich eine kinderschar den ringel rein wie reizend alles lachend und ein sanfter geist des ernstes doch ergossen um die ganze form ein kunstgebild der echten art wer achtet sein was aber schön ist selig scheint es in ihm selbst noch unverrückt o schöne lampe schmückest du an leichten ketten zierlich aufgehangen hier die decke des nun fast vergessenen lustgemachs der ein oder andere wird enttäuscht sein aber das lustgemach dient nicht erotischen ausschweifungen sondern ist ebenso wie ein lustschloß ein aufenthaltsraum für beliebige freizeitvergnügen nichts anderes bedeutete im damaligen sprachgebrauch das wort lust es ist hier also vielleicht eine art kleines wohnzimmer ein sehr privater rückzugsort wie kann man einen solchen raum fast vergessen vielleicht ist eher vergessen worden sich entsprechenden erbaulichen freizeitvergnügungen hinzugeben lesen zum beispiel auf deiner weißen marmorschale deren rand der efeu kranz von golden grünem erz um pflicht schlingt fröhlich eine kinderschar den ringel rein mit einer aufwändigen metallarbeit und einer malerei von kindern die sich im kreis an den händen fassen ist die marmorschale also ausgeschmückt es scheint sich um ein kostspieliges stück edelsten kunsthandwerks zu handeln wie es sich mörike für seinen haushalt als pfarrer sicher nicht leisten konnte war er irgendwo zu gast als er diese lampe sah wie reizend alles lachend und ein sanfter geist des ernstes doch ergossen um die ganze form die lachenden kinder sind ein reizender anblick der sanfte geist des ernstes ergibt sich aus dem edlen material marmor und aus der ernsthaften kunstfertigkeit in der ausführung der malerei ein kunstgebild der echten art ein kleines bisschen ästhetische theorie in wahrer kunst ist das spielerische vergnügende in eine ernste form gebracht leichtigkeit dem ausdruck ernst in der ausführung wer achtet sein das gemach wird also kaum noch betreten jedenfalls scheint es ein großer zufall zu sein daß da mal jemand ins zimmer tritt und bemerkt welch schönes objekt da hängt was aber schön ist selig scheint es in ihm selbst es wird also nicht bedauert daß niemand die lampe beachtet denn schönheit ist um ihrer selbst willen ein wert vielleicht tröstet sich mörike mit diesem gedanken wenn er das gefühl hat daß das ein oder andere gedicht von ihm im geschlossenen buch irgendwo im regal nicht beachtet wird es ist dennoch etwas schönes das in sich selbst selig ist letztlich habe ich so sehr das gefühl daß es mörike um das nicht gelesene gedicht geht daß statt wie die lampe im fast vergessenen lustgemach im fast vergessenen buch zu finden ist daß ich haus lustgemach und lampe für eine reine erfindung halte um eine theorie des schönen in leichtem ausdruck bei ernster form zu formulieren lampen sind nämlich keine geeigneten objekte für eine solche bemalung da man gegen das licht auf das bild schauen würde anstatt daß es selbst beleuchtet wäre jedenfalls findet man bei aller bildersuche im netz keine hänge lampe mit bemaltem marmor war Vielen Dank. Vielen Dank.